Hallo Leute, wir sind nervös angekommen miteinander. Bleibs gesund. Jetzt haben wir die Tage geholfen. Jetzt sind wir da mit Bauholz gelegen. Das ist schon noch heim. Bei der 5,2 oder 1,6 oder schwer vernichtet. Wir haben zwei Saalbrichen, dass das Salze gekauft worden ist. Das ist ein feines Gelände, da geht es nicht mehr in die Islschlucht. Im Sommer wollen wir etwas machen. Es ist eigentlich kein Umweg, weil es einen Adlersweg gibt. Die Absperrungen werden einfach ignoriert. Das ist eh selten Leid. Ja. Ein paar Touren, jetzt wird es noch nicht mehr. Das ist optimal. Es ist ein bisschen kalt, nichts zu warm. Es hat auch etwas langer Fein. Der Schnee ist halbwegs drückt, dass man nicht klein aus ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich weiß jetzt nicht genau, wenn ihr dazu kommt, das Video zu machen. Ich weiß jetzt nicht genau, wenn ihr dazu kommt, das Video zu machen. Das ist ein bisschen viel Spaß gemacht. Das müssen wir erst umgewinnen. Eigentlich hätte ich das auch halbwegs erlaubt. Also voll gut sein Fingster, wenn es auf dem Laufenden bleibt. Das ist gut. Ja. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020